Ja, hallo zusammen, mein Name ist Jochen und ich bin durch Christina auf Instant Change gekommen. Ich habe Christina so ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, kennengelernt. Und vor ein paar Wochen hat sie mir den Tipp gegeben, doch mal bei einem Instant Change Abend dabei zu sein. Und dann habe ich den Abend mitgemacht und anschließend dann eben auch den ganzen Instant Change Tag. Und da habe ich dann gesehen, wie durch die Methode es möglich ist, dass sich da sofort Sachen tun und dass da sofort was passiert. Und da wollte ich das dann selber auch mal ausprobieren. Ich habe bei Christina so ein Dreierpaket gebucht und was ich ganz schön fand, war, dass Christina das Ganze kombiniert hat mit Kinesiologie zum Beispiel. Und ein Anliegen war unter anderem, dass ich bei energetischen Behandlungen, dass ich da auch einfach was spüre. Ich bin jemand, der kann da nicht so viel wahrnehmen. Und dann war es wirklich so, dass ich bei der zweiten Sitzung dann da auch wirklich gemerkt habe, es passiert was und es tut gut und es bestärkt einen, dass wirklich was passiert. Ja, und deswegen möchte ich mich bei Christina ganz herzlich bedanken und ja, möchte euch Instant Change einfach ans Herz legen und probiert es einfach aus. Vielen Dank. Vielen Dank.